Genau mit dieser Konsole haben Pink Floyd an ihrem Album Dark Side of the Moon in den Abbey Road Studios gearbeitet. Und ich meine nicht mit so einer Konsole, sondern genau mit dieser. Die allererste Solid-State-Konsole von EMI prägte den Sound der 60er und frühen 70er Jahre. Sie ist bekannt für ihren warmen und klaren Sound und hat nicht nur die Red-Konsole abgelöst, sondern auch die Geschichte der Tontechnik geprägt. Und weil es davon nicht mehr ganz so viele gibt und die auch relativ viel Strom verbrauchen, dann zeige ich dir ein Plugin, mit dem du den originalen Sound aus den Abbey Road Studios zu Hause in deiner DAW bekommst. Die EMI TG12345 wurde von Waves in Zusammenarbeit mit den Abbey Road Studios emuliert. Mit dem Input können wir dem Signal Farbe geben und gleichzeitig bestimmen, wie stark die Kompression sein soll. Mit Mode können wir einstellen, ob wir einen Kompressor, einen Limiter oder gar keine dynamische Bearbeitung haben wollen. Mit Recovery können wir die Release-Zeiten einstellen, also sagen, wie lang der Kompressor das Signal halten soll. Wenn die Kompression zu auffällig ist, könnt ihr das mit dem Mixnob regeln und da eine parallele Kompression einstellen. Ihr könnt das Routing vom Plugin ändern und sagen, ihr wollt mit dem EQ anfangen und der soll in den Kompressor gehen oder andersrum. Wir haben hier ein Drei-Band-EQ, wir können die Höhen boosten, wir können hier Frequenzen uns gezielt aussuchen und wir können hier unten auch den Bassbereich nochmal absenken oder boosten. Und wenn du jetzt denkst, dass das Plugin nur für Einzelsignale gut ist, zeige ich dir jetzt, warum du das auch hervorragend als Mastering-Tool benutzen kannst. Das Plugin bietet nämlich die Möglichkeit, bei Monitoring nur das Mono, das rechte, das linke Signal zu hören und das Ganze auch in Bearbeitung, Duo, Stereo oder mit Zeitsignal. Ihr könnt die Stereobreite vergrößern oder kleiner machen. Ihr habt hier nochmal die Möglichkeit, mehr Drive dem Signal zuzugeben. Das heißt, hier kommen wir zu einer richtig schönen Saturation und Noise könnt ihr auch noch dazugeben. Auf Vocals kann das Ganze so klingen. Und hier kam jetzt die High-Fahne ganz schön wieder hoch. Dafür gibt es diese Hold-Funktion. Wenn wir die aktivieren und einstellen, dann hält der Kompressor auch, wenn kein Signal ist, noch die Kompression. Das Ganze klingt dann so. Ich benutze das Plugin jetzt auf jeden Fall für die Vocals von Max. Wenn du auch dieses Plugin suchst oder andere, dann check doch mal die Seite von den Jungs von Plugins Masters. Da gibt es nicht nur diese Plugins, sondern auch immer Rabatt und Giveaways. Wenn du willst, dass dein nächster Song professionell gemischt und gemastert wird, dann schreib mir eine Nachricht und wir sprechen über dein Projekt. Und dann schreib mir eine Nachricht.